Alltag der ukrainischen Soldaten im Donetsk-Gebiet. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar haben sich die Fronten im Osten des Landes mehrmals verschoben. Dmitry Sirenko und seine Kameraden bleiben wachsam und halten nach russischen Soldaten Ausschau. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Die russischen Invasoren sind etwa 4 bis 5 Kilometer von uns entfernt. Es gibt jetzt aber keine exakte Frontlinie mehr. Wir haben keine genauen Informationen, sie ändert sich ständig. Es sind heftige Kämpfe im Gange, also müssen wir abwarten. Hier kommen тяжige Beine. Deswegen wird es sehen, was passiert. Die ukrainischen Soldaten wollen auf keinen Fall aufgeben. Wir hatten Zeit, Schützengräben zu bauen, uns zu verstecken und auf ein mögliches Vorrücken des Feindes zu warten. Wir werden diese Stellungen nie verlassen. Stattdessen verstecken wir uns. Denn ihr Ziel ist es, uns zurückzudrängen und weiter vorzurücken. Aus einem Lager steigt Rauch empor. Derartige Bilder sind nichts Ungewöhnliches mehr. Es handelt sich um Beschuss des ukrainischen Gebietes durch russische Invasoren. Vielleicht dachten sie, dass hier ukrainische Soldaten stationiert sind. Aber wie sie sehen können, ist hier außer Gänsen und einem leeren Dorf nichts. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, die anderen stehen leer. Bogrovsk ähnelt einer Geisterstadt. Wir sind nur ins Dorf gekommen, um ein paar unserer Sachen zu holen. Wir leben jetzt in Zaporizhia. In und vor der Stadt stößt man auf zerstörte russische Panzer und verwüstete Landschaften. Ein No-Mans-Land, in dem Frieden noch längst nicht in Sicht ist.